Kommen wir zum nächsten. Haben Sie sich um McBain gekümmert? Da können Sie Gift drauf nehmen, Senator Mendoza. Inzwischen ist unserem lieben Freund, dem unverwüstlichen McBain, ein, sagen wir mal, tragischer Unfall zugestoßen. Huss gezeichnet. Nachdem wir McBain los sind, kann uns nichts mehr aufhalten. Und was ist das nächste Thema? Eine Nacht ein Trotz. McBain! Maul halten! Ah! McBain! Die Sitzung ist geschlossen. 3,50 für den Schrott? So ein Bock, Mist! Das Meeting hast du aber gesprengt, McBain. Im Moment ist mir nach einem ganz anderen Meeting zur Mute. Im Bad. Oh, McBain. Doch McBain kommt wieder hin. Sie haben das Recht, tot zu bleiben. Uuuuh! Uuuuh! Uuuuh!